So dann laufen wir los. Wir nehmen mal die Sperre in die Hand. Gibt es jetzt vielleicht ein paar Bananen hier extra. Schade. Wanderweg jetzt hier. Hier, ne? Ja. So. Was sagt die Uhr? Vier Uhr. Okay. So in zwei Stunden, denke ich mal, zwei, drei Stunden geht jetzt Sonne auf. Sollten wir auch was sehen können. Was sagt denn, müssen wir irgendwie was essen oder so? Ja, ein paar Kohlenhydrate. Und wir hätten vielleicht was trinken können, hätten wir vorher. Haben wir noch zwei Schalen? Zwei Schalen haben wir mitgenommen, ne? Also wenn es regnet, können wir die Schalen noch hinlegen und können wir das Regenwasser aufschümmeln. Mal gucken, was uns hier erwartet. Okay. Oh, wir haben einen neuen Dialog. Okay, wir können, wie das funkelt. Okay. Hey, Mia. Ich habe das nicht vorhin erwähnt, aber ich sah eine Röcke mit Tribal-Pfaltungen. Okay. Jetzt ist es weg, als ob es nie existierte. Was du meinst, weg? Ja, verschwunden. Ja, verschwunden. Jake, Cariño, du hast keinen Sinn gemacht. Wann hast du letztendlich geblieben? Äh, Moment. Ja. Keine Ahnung. Ich habe einen Weg durch. Über und aus. Ähm, Mia, was soll das heißen? Ähm, Mia, was soll das heißen? Ähm, wir werden, glaube ich, nicht verrückt, Jack. Wir haben aber einen Ekel. Einen Blutegel haben wir hier. Die müssen, ah, da. Gehen wir rein? Oha. So. Die brauchen wir nicht. Aber warum glaubt man mir, dass wir, äh, nicht mal geschlafen haben? Dass wir verrückt werden? Wir standen jetzt noch weg. Okay, was sagt die Uhr? Oh, ja. Schon fünf Uhr. Ist schon eine Stunde vergangen. Gut. Wir können mal gucken. Wie viel können wir hier nicht sehen, ne? Okay, wo können wir denn längst laufen? Was gibt's hier so? Was gibt's so unten? Mal gucken mal. Ganz vorsichtig, mal gucken. Okay, hier haben wir noch einen Stock. Können wir nicht. Oh, ein Kleinstock. Kleinstock. Nehmen wir mit. Okay, können wir nicht mehr mitnehmen. Okay, ein paar Steine. Oh, okay. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier? Ähm, okay. Was ist denn hier? Die ganzen Bäume sind umgefallen. Können wir da einfach rüber? Ah, hier ist ein Baum. Ah, okay. Warum können wir drüber laufen? Warum sind die ganzen Bäume umgefallen hier? Warum sind die ganzen Bäume umgefallen? Ah, die Sonne geht auf. Das ist super. Ähm, ja, gucken wir einfach mal oben, was da oben ist. Und da haben wir wieder so ein Tier. Hier. Hier. Hier auch. Okay. Hier sind wieder die ganzen Bäume umgefallen. Oh, nein, nur nochs. Können wir mitnehmen. Ich bin noch nur nochs hier. Ja, gut. Okay. Oh, da haben wir wieder so ein Gürtel hier. Ah, jetzt ist es schnell. Okay. Ähm, ey. Okay. Okay. Ist das hier? Ähm, was ist hier? Warum sind die ganzen Bäume umgefallen? Ist hier irgendwie, ähm, tropischer Sturm gewesen oder so? Ja. Okay. 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 Ähm. Okay. Okay. Ähm. Nicht, dass hier irgendwie ein Tiger kommt oder so was? Oder? Ne? Okay. Gut, das ist nur so ein Tier. Das kennen wir ja schon. Mal gucken. Mal gucken. Was haben wir hier hinten? Was haben wir hier hinten? Zumindest ist hier ein Vehikel. Können wir mal längs laufen? Ist das hier? Eine Blume. Okay. 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 Aber hier kommen wir auch noch unten, ne? Oh, was ist das da hinten? Sieht ihr? Da ist eben ein Camp. Okay. Ja gut, da können wir mal hinlaufen. Da ist eben ein Camp. Wie können wir da am besten hin? Können wir von hier rein? Da hinlaufen? Da war irgendwie ein Lager. Okay, hier haben wir noch ein... Vogel gefunden. Nehmen wir mal mit. Okay. Oh, wir sind wieder zu schwer. Wir können aber was essen, ne? Brauchen wir was? Ja, können wir ein Stück Fleisch essen. Essen. Hier. Ein Stück Fleisch und eine Frucht. Ich bin wieder leichter. Ähm. Okay. Wo war das denn? Das Camp war doch hier vorne. Ja, hier ist das Camp. Was ist das hier für ein Camp? Ist mir hier vielleicht? Aber was ist denn das hier für... 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 Oh, ist das... Hier sind Pilze. Okay. Okay. Und was sind das hier für Fässer? Für Tonnen? Okay. 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 Ähm. Okay. Wir haben einen neuen Dialog. Aber wir gucken erst mal, was hier... Was hier gibt's. Was gibt's hier? Und wir haben einen neuen... Ähm... Ort auf der Karte gefunden. Da. Okay. Wo das Fass ist. Okay. 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 Gut. Aber was ist das hier für ein Ort? Da müssten doch hier schon mal Leute gewesen sein irgendwie. Dann dürften doch nicht die Einzigen... Hier ist ein großer Stein. Okay. Okay. Was ist das hier? Nüsse? Ja. Können wir mitnehmen. Ja. Gerne. Nehmen wir mit. Wow, 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 wow. Was ist los hier? Hey, 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 hey. Okay. Wir sprechen mal. Drogenfabrik. Okay. Yeah. I think I found an abandoned drug factory. Wait, wait. What? A drug factory? Here? Are you sure there's no one in there? Ähm, ja, hoffe ich mal. Ähm. Kurzum wird es worden sein. Sieht verlassen aus. Ich sehe niemanden. Ja, was wollen wir sagen? Ähm. Ich sehe niemanden. Ähm, I haven't seen anyone. A place like this should have been guarded. Right? I don't know, but someone might show up. Don't linger. Ja, gut. All right, well, I'll let you know if I find something useful. Okay. 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 Ne Drogenfabrik. Okay. Mitten im Dschungel. Na gut. Gut. Okay. What's haben wir hier? Wir haben noch ein Dialog. They even have a microwave here. In the middle of the jungle? What for? Ja, weiß nicht. I think they used it to dry out the drugs. It's one of the steps in manufacturing narcotics. Right. Anything you can use? Weiß nicht. What? I don't want to get high out in the middle of the jungle. Jake. I meant tools and such. Ähm. No. Too bad. Okay. Aber die Mikrobrille kann man nutzen. Ist denn da was drinne? Okay. Drogenzinder. Oh, ne, tut. Notiz. Ähm. Ich kann mal lesen. Äh. 20 Säcke gefüllt mit jeweils 10 Kilo Blätter. Okay. Okay. Ach, das ist hier ein. Okay, das ist eine Auflistung, was die hier gemacht haben. Hier. Okay. Neue Produktion. Äh. Äh. 50 Barit Ausrüstung. Okay. Na gut. Das hilft. Oh, was ist das? Schmerzmittel. Ja, nehmen wir mit. Das können wir brauchen. Wir haben wieder zwei neue Dialoge. Da haben wir nochmal die Frucht. Okay. Aber was haben wir hier? Eine leere Dose. Eine Tasse. Chips. Okay. Nehmen wir mit. Knochenmesser. Eine Matratze. Okay. Ein paar Nüsse. Ne. Nüsse nehmen wir mit. Okay. Ein Schokoruckl. Noch eine Notiz oder war das? Das ist dieselbe. Ist das dieselbe? Ähm. 43 Dollar Alten. Achso, das ist jetzt die Bezahlung hier. Äh. Eliminiert. Okay. Krank. Okay. Achso, das ist die Bezahlung hier und dann haben sie auch die Leute. Okay. Ähm. Scheinen wohl keine netten, äh, Drogendier gewesen zu sein hier. Ja. Gut. Sind wahrscheinlich im Allgemeinen nicht nett. Okay. Aber hier ist wirklich keiner, ne? Überhaupt nicht. Wir haben einen Stock gefunden. Okay. Wir können es sehen. Na jetzt. Okay. Was ist das? Wasser sammler. Okay. Okay. Gut. Wir gucken mal was. You don't think that the tribe attacked them, do you? It could be why this place is empty. The Jabahuaqa are not violent. If it was them, they must have been provoked. Na gut. Klar. This place almost looks untouched. I mean, if they were at war, wouldn't they have burned it down? They would have never started a fire in the jungle. They consider it sacred. Right, right, right. Okay. Over and out. Das kann ja gut sein, dass es für die heilig ist, ne? Was ist das denn hier? Ein Löffel. Okay. Was man ja alles im Oberwald hier findet, ne? Im Dschungel. Okay. Aber haben wir nicht noch einen Dialog gehabt? Ähm, okay, nee. Gut. Ähm. Oh, was ist das? Ja. Welcher? Eine rostliche... Oh, ja, die können wir... Oh, ja, wir könnten mal... Müssen wir was essen? Was trinken müssen wir? Ähm, okay, die Frucht ist schlecht geworden. Aber... Das könnten wir mitnehmen. Ähm. Ja, den Stein... Schmeißen wir Steinklänge weg. Dann nehmen wir ihm... Ein paar Karte mit hier. So. Jetzt war rostig, aber wir können uns... Damit auch wehren. Das ist auch gut. Und was hast du denn? Das war... Was ist das jetzt hier? Was können wir damit machen? Ne. Ähm. Wir essen mal ein Stück Fleisch. Oh, wir haben den Wurm gekriegt. Ah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Na, essen wir nochmal. Schnecke. Ein paar Riesen haben wir gekriegt. Können wir da irgendwie... Was... Ah, genau. Okay. Das ist ein Wasserspender. Das ist gut. So. Okay. Also hier sind Spuren. Dann sind sie wahrscheinlich mit dem Auto hier irgendwie... Irgendste Fahne irgendwie. Was haben wir hier? Haben wir irgendwas hier noch? Na, da ist die Notiz. Okay. Wir hatten doch hier... Die Frucht noch. Die können wir noch mitnehmen. So. Und die andere Frucht, die vergammelt ist, die können wir doch mal abschmeißen. Die brauchen wir ja nicht. Und das können wir mal essen. Wie sieht denn das aus hier? Ja, aber das kriegen, ne? Nein, das ist nur die Frucht hier einfach mal. Okay. Aber sonst gibt es hier gar nichts, ne? Oder? Gibt es hier irgendwie noch was? Vielleicht ein paar mehr Informationen oder so. Dann müssen wir mal genau gucken. Was ist das denn hier? Und der Wäscherort. Okay. Ha. Eine leere Dose. Sonst gibt es hier auch nichts, ne? Oh, was haben wir hier? Kackenfleisch. Na, nehmen wir mit. Okay. Hm. Ein kleiner Stock. Ja, okay. Da haben wir noch einen kleinen Stock. Was haben wir hier? Ich glaube, die hier eine Nacht. Okay. Okay. Aber es scheint nicht mal so viel zu sein hier, was man hier noch sehen kann, ne? Da haben wir noch eine Notiz. Das können wir mal lesen. Ein Deckelblätter mit den Muttersindern zerhexelt. Okay. Okay. Ja gut, das wird schon auch so ein Rezept sein. Okay. Noch mal Schmerzmittel. Ja, dann können wir mitnehmen. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts, ne? Okay. Okay. Gut. Aber... Aber... Wir müssen noch mal so eine Frucht finden, dass wir den Parasiten loswerden. Das wäre mal ganz günstig. Was haben wir hier oben? Gibt es hier oben was? Oder irgendein paar Bananen oder was? Aber eigentlich sieht es ja ganz gut aus, ne? Wir sind ja noch ganz fit. Aber wie spät ist das? Okay, 12 Uhr am Mittag. Dann würde ich sagen, dann bauen wir uns einfach mal hier... Können wir mal wegmachen. Dann bauen wir uns mal eine Unterkunft hier hin. Ähm, eine Unterkunft. Moment, eine Unterkunft. Äh, Unterkunft, Unterkunft, Unterkunft. Was war doch hier irgendwie? Ja, genau, so ein kleiner Unterstand. Können wir den hier irgendwo hinbauen? Ähm... So, da. Nein. So, verpasst. Okay. Dann müssen wir noch ein paar Bäume fällen hier. Äh... Ja, hier haben wir noch einen Baum. So. Gott, das Baul war ganz schön lange hier. So, den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Oh Gott, wie viel hier langsam. Oh, einmal rum da bitte. Ein paar Palenblätter. Ja, haben wir da auch vorne liegen. Oh, nee, Bananenblätter, ne? Können wir nicht übers Holz hier rüber, oder? So. Einmal. Zweimal. Komm, ein paar lange, lange Stöcke. Da haben wir einen. Haben wir noch einen? Da haben wir noch... Nee, da haben wir noch einen. Sehr gut. Einmal. Zweimal. Ähm... Wir sind aber ziemlich schwer, ne? Können wir noch mal eine Schnecke essen? Schmerzen können wir mal oben hinpacken. Aber, dass wir Schmerzen finden haben, ähm, ist auch schon mal ganz gut. Weil, wenn wir wirklich mal krank werden, können wir auch Schmerzen mal nehmen. Ähm, jetzt brauchen wir wieder lange Stöcker. Wo haben wir denn einen Baum noch? Da, in dem Baum. Ich bin der Meinung, mit der Axt sind wir schneller hier. Na? Halt doch rum. Danke. Okay, da haben wir einen langen Stock. Haben wir noch einen langen Stock irgendwo? Keinen langen Stock mehr? Doch, hier vorne war doch einer. Da gehen wir. Nehmen wir mit. So. Hm. Ja, ein bisschen ausruhen könnten wir uns auch. Ein Bett haben wir ja hier, ne? Oder haben wir keine Betten? Doch, müsste ja eigentlich sein, ne? Hier waren auch Betten, ne? Ja, jetzt müssen wir... Ja, eine Matratze. Also ausruhen können wir uns hier. Ähm, die brauchen wir noch? Zwei Stück. Ähm, das ist ein Hall. Ein langer Stock. Äh, haben wir hier den Baum. Ja. Ja? Kleiner Stock. Den können wir da rauf holen. Sollte auch gehen. Letztendlich auch große... Ja. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Okay, haben wir hier einen langen Stock? Langen Stock? Keinen langen Stock? Keinen langen Stock? Doch, da. Ein langen Stock. Und da soll doch schon nichts ein langen Stock sein, ne? Ja. Gut. Also Stöcker haben wir jetzt genug hier Holz, ne? Also ist ja... Reichlich vorhanden da. Ich möchte nur gerne mal wissen, wo die Leute hinfahren sind. Wollen wir mal, ob die wiederkommen. Äh, ich bin da. Ne, guck mal, ist los. Hier, sind drei Kokosnüsse. Die können wir da gleich mitnehmen. Das ist super. Dann können wir auch noch was zu trinken haben. Das ist auch super. Perfekt. So. Und da kommt noch ein... Ah, kommen wir nicht an. Okay. Na, von der Seite. Na, von der Seite. Na, laufen wir ein bisschen schneller hier. So. So. Also, jetzt kommen die Seite. Genau. Haben wir noch Seile? Wie viel Seite haben wir? Ähm. Na, guck mal, vier Seile haben wir noch. Wir haben noch ein paar Seile. Ja, spring doch mal rüber da. Bitte. Danke. So. 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 Und... Jetzt. Haben wir noch Seile? Nee. Drei Stück brauchen wir noch, ne? Ja. Aber es ist ja kein Problem. Hier gibt es ja immer... Ja, hier vorne. Gibt es ja Riemen. Bäume hier für... Die Linearen. Die können wir mal nehmen. Ist gut. So. Drei Stück. Braucht es mir drei Schnur? Ja, wir nehmen mal ein paar mehr mit. Können wir immer gebrauchen. So. Okay. Ähm. Ja, wir machen mal von einer Seite. Da. Da. Und da. So. Palme. Hier ist ein Banan. Da, ne? Ja. Hier ist ein Palme. Ähm. Die können wir mal. Die können hier. Die müssen die Palme da. Danke. So. Ähm. So. Ich finde das mal ziemlich viel. Dass man so viele, ähm, Blätter braucht dafür. Die kommen ja über den Baum einfach nicht rüber. Dass er einfach nicht rüber laufen kann, ne? Das ist ein Baum. Da können wir einfach nicht rüber laufen. Nur rüber springen. Das ist ja auch... Das ist ein bisschen komisch. Aber okay. So. Wo haben wir noch ein... Da haben wir noch eine Palme. So. Okay. Oh, das ist ein trockener... Moment. Wir nehmen das... Nein. Wir nehmen erst mal das trockene Platz hier mit. So. Jetzt kannst du das mit ihm hier. Danke. So. Palmenblätter? Palmenblätter? So. Zack, 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 zack. Zehn Stück brauchen wir noch. Ähm. War aber noch ein trockenes Palmenblatt hier. Das können wir auch mit ihm. Trockenen Palmenblätter sind immer... Finde ich immer wichtig. Dass wir auch mal... Das Feuer machen können. Da haben wir noch ein trockenes Palmenblatt. Okay. So. Haben wir hier noch Palmenblätter? Die rumliegen? Eins, ne? Aber nehmen wir... Und das hier nochmal mit. Ähm. Ja, komm mal. Können wir den ja mal nochmal stellen. Na, jetzt können wir noch ein paar mehr. So. So. Okay. Ähm. Ach so, das ist das Gürtel-Tier hier. So. Ein Palmenblatt noch soll. Ein Palmenblatt brauchen wir jetzt. So. Mit? Okay, dann brauchen wir noch zwei lange Stöcker gleich. Okay. Zwei lange Stöcker. Ähm. Wir müssen wir noch einen Baum fällen. Hier haben wir noch einen kleinen Baum. So. Äh. So. Okay. Okay. Äh. langer Stock. Und wo ist der langer Stock? Da ist der langer Stock. Okay. Und. Zack. Und so, unser Kumpf ist fertig. Aber die Bananenblätter, die machen wir mal weg hier. Die stör mich hier ein bisschen. Dann packen wir mal die Seite hier. Hier hin. Ja gut. Das auch. Komm schon da hin. Ja. Okay. Kokosnuss. Müssen wir was trinken? Ja. Können gleich was trinken. Das ist okay. Können wir gleich was trinken. Wir hatten doch hier auch was. Wir sind jetzt noch sperrten ein bisschen. Dann essen wir die. Ähm. Das essen wir auch noch mal. Wir haben wieder einen. Oh. Wir haben noch einen. Ähm. Parasiten mehr gekriegt. Hm. Das ist nicht gut. Aber wir hatten wir nicht. Ja doch. Wir hatten ja unten Wasser gehabt. Dann können wir uns einmal kurz waschen. Ein bisschen. Dreckig hier. So. Einmal waschen. Ja. Nochmal. Ja. Komm. Dann sind wir sauber. Perkett. Das ist gut. Ähm. Ja. Wir hatten. Wir hatten hier noch. Wir haben ein Stück Fleisch. Wie lange ist das Fleisch noch haltbar? 21 Stunden. Das geht eigentlich. Okay. Ein paar Nüsse haben wir noch. Ein paar Chips haben wir gekriegt. Ein Schokoriegel. Okay. Also ein bisschen was wir essen haben wir. Vögel. Okay. Äh. Hoppla. So. Okay. Das ist ja eigentlich weit zu gut, ne? Äh. Okay. Da haben wir ja genug. Also wir wollten wir denn doch die, die, ähm, Dings runterholen, ne? Ähm. Aber wir könnten die doch mit Feinbogen runterholen. Das geht doch eigentlich auch. Ja. Dann kriegen wir den Fall doch auch wieder. So. Und die andere. Na komm, wir nehmen gleich mit hier. Aufmachen, packen mit Klamm. Und den können wir doch auch mitnehmen, ja. Na. Oh, komm ich nicht ganz ran hier. So. Rutschen wir unser Pfeil. Und dann haben wir die Kokosnuss. Sehr gut. Oh, wir haben zwei Blutegel. Müssen wir gleich mal die Blutegel auch noch wegmachen. Oh. Was ist denn das jetzt hier? Du kannst da nicht rüber gehen, dein Ernst. Das ist ein kleiner Baum. Und du kannst dann nicht rübersteigen. So. Wo sind denn die Blutegel? Wo sind die? Okay, hier sind sie nicht. Ähm. Da auch nicht. Okay. Ah, da sind sie. So. Und zwei. Gut. Ähm. Was sagt denn die Uhr? Okay, 18 Uhr. Aber wir brauchen ein paar Kohlenhydrate. Haben wir Bananen oder sowas? Ähm. Fette. Nüsse. Chips. Aber Chips sind ja auch fette, oder? Und was ist das hier? Trockenfleisch. Und ein bisschen ausruhen müssten wir uns auch. Ähm. Ja, das können wir auch machen. Dann ruhen wir uns erstmal aus. Suchen wir uns gleich noch ein bisschen was zu essen. Und, ähm. Dann würde ich sagen, suchen wir aber weiter, ne? Ich hab gesehen, du warst noch nicht abonnierst. Und. Aber los jetzt. Und. 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 Und.